mann 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 habe ich lang nichts mehr gemacht echtes schon auf die uhr ist in zwei monate ich sage trotzdem hallo und dafür habe ich heute gleich einen ganz tollen glitsch ich muss mich aber bedanken beim kumpel von mir der den gefunden habt und zwar grazes mio amigo trucos mil de spania presso truco famoso und zwar geht es hier darum ihr seht schon wir haben keinen spoiler auf einem von diesen langweiligen neuen autos und das macht es dann doch ein bisschen cooler ok wir fahren rein in das land des customs gehen auf spoiler und da ist wichtig dass man erstmal in serienmäßigen spoiler ausgewählt hat und sich dann ein kaputt flossen dran baut und dann wieder bekloppt darauf und drauf bis es irgendwann klappt kann ein wahnsinnig machen oder geht ganz schnell und dann nochmal serienmäßiger spoiler richtig kaufen dass das autochen da ist so und dann habt ihr den ab in die garage einmal rein einmal raus zum abspeichern und dann gehört das coole auto euch ja das waren jetzt eineinhalb minuten nach zwei monaten ich habe hier glaube ich fünf stunden gebraucht bis ich alles wieder irgendwie im griff hatte mit schneiden ich freue mich schon auf weitere videos servus euer art fly abheir 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 Untertitelung des ZDF, 2020